Und ich begrüße euch erstmal mit einem Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dem islamischen Rus. Und heißen natürlich auch alle Nicht-Muslime, die eventuell heute hier sind, herzlich willkommen. Und als allererstes muss ich euch erstmal die Leute, die Muslime sind, die muss ich euch erstmal beglückwünschen. Weil man muss sich einer Sache ganz deutlich bewusst sein. Denn es wird ein Tag kommen, wo jeder Mensch vor dem Schöpfer der Himmel und der Erde stehen wird. Wo jeder Mensch gefragt wird, was er getan hat. Und an diesem Tag gibt es nur eine Religion, die vom Allmenschlichen Gott anerkannt wird. Er sagt in Suga 3, Vers 85, Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird niemals von ihm angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Deswegen, Brüder und Schwestern, ist der Islam die größte Gabe, die du hast. Und für die Nicht-Muslime, ich kann euch einen Lamborghini geben, ich meine, okay, den habe ich jetzt nicht, ich kann dir vielleicht ein Dreirad geben oder so, ja. Ich könnte dir einen Lamborghini geben oder irgendwas geben oder irgendwas auf der Welt geben. Aber glaubt mir, das Beste, was ich einem geben kann, ist der Islam. Der Islam ist das Beste, was ein Mensch haben kann. Weil das ist die größte Ni'ma, die größte Gabe, die Allah, subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer, der Himmel und der Menschen, den Menschen gegeben hat. Er sagt im Koran, in Suga 5, Vers 3, Also, dass diese Religion perfekt ist. Und es wird ein Tag kommen. Viele Menschen sind heute am Schlafen. Viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben. Das Leben ist jetzt schaitan-gerecht. Der Mensch steht morgens auf, geht um 8 Uhr zur Arbeit, kommt abends um 7 Uhr wieder und hat sich keine Gedanken gemacht. Danach schaltet er den Fernseher und schaut sich die Lindenstraße an und weiß nicht, wovorum er lebt. Und er macht irgendwelche Taten und lebt und weiß nicht, wozu er lebt. Glauben diese nicht, dass sie auferweckt werden. Zu was auferweckt werden? Li Yawmin Azim. Zu einem gewaltigen Tag. Was ist dieser gewaltige Tag? Yawma yakumun nasu li rabbi al alamin. An dem Tag, wo die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden. Heute, einige Leute haben hier Angst vor ihrem Chef oder vor den Leuten, verstecken sich vor den Leuten. Aber es wird ein Tag kommen, wo jeder hier, ob er das gerne hat, ob er das will oder ob er das nicht will, wo jeder, der hier sitzt, ob er das leugnet, ob er das nicht leugnet, vor dem Herrn der Welten stehen wird. Und wird gefragt werden, was hat er gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, deswegen die größte Sache, die du hast, das detaillierte Programm, wie du das Paradies bekommst, ist Islam. Denn an diesem Tag werden die Menschen in zwei allgemeine Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wird in Jehennem gehen und die andere Gruppe wird ins Paradies gehen. Was ist das Jehennem? Was ist die Hölle? Stell dir irgendeine Folter vor auf der Erde, glaub mir, Jehennem ist schlimmer. Es sagt vielleicht jemand, ach ja, warum soll ich so hart gestraft werden? Er wird sich wundern. Er wird sich wundern. Er soll das nicht so abstrakt sehen, diese Sache wird kommen. Und diese Sache ist realer, als dass du hier sitzt. Und was sagt Allah darüber im Koran? Bei uns sind schwere Fesseln und Höllenbrand und Essen, was in dem Hals würgen hervorruft und strenge Strafe. Und was ist der andere Weg? Was ist der andere Weg? Das ist das Paradies. Die beste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das muss dein Ziel sein. Wenn jemand in der Grundschule sitzt, hat er auch ein Ziel. Entweder Gymnasium oder Hauptschule. Aber in der Hauptschule ist es auch nicht so schlecht. Weil vielleicht kriegt er nachher eine gute Lehrstelle oder macht einen Laden auf. Hat er auch was erreicht. Und vielleicht derjenige, der aufs Gymnasium geht, der fällt nachher doch nochmal hin. Der hat, was weiß ich, die beste Abitur gemacht und kriegt nachher, schließt sein Studium ab und kriegt doch keinen Job. Ist alles nicht so schlimm. Aber dieses Leben, das Abschlusszeugnis hier ist nicht, gehst du auf Realschule oder Gymnasium oder kannst du danach Abitur, hast du Abitur und kannst irgendwie auf die Universität gehen. So dieses Leben, die Abschlussprüfung ist, kommst du ins Paradies und kommst in die Hölle. Und das ist, wie gesagt, die wichtigste Sache. Und dazu müssen wir den Islam richtig befolgen. Was gibt es in Jannah? Was gibt es dort? Was sagt Allah in den heiligen Hadith? Er sagt sinngemäß, ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was nicht überhaupt im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist. Das ist vorbereitet, so. Und jetzt muss man eins wissen, und das sollte wirklich jeder, der dieses Ziel erreichen will, der sollte sich dafür interessieren, was er für einen Feind hat auf diesem Weg. Denn wir haben einen Feind auf diesem Weg und dieser Feind hat dem allmächtigen Gott geschworen, dass er jeden Einzelnen, der hier sitzt, in die Hölle bringen will. Jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, der wird beeinflusst von ihm. Und dieser Feind ist der Scheitan, der Satan, der große Satan. Und er will die Menschen in die Irre leiten. Und das ist das Einzige, wofür er lebt. Und im Koran, dort wird erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Suche 7, wie es überhaupt dazu geht. Also erstmal, wenn man weiß, dass man einen Feind hat, wenn jetzt zum Beispiel der Klinsmann bei der Fußball-WM gegen irgendeine Mannschaft spielt oder so, dann wird er sich vorher vorbereiten, wie muss ich jetzt beispielsweise gegen Saudi-Arabien spielen, ja. Beispielsweise wird gucken, der wird gucken, ja sogar gegen Saudi-Arabien, da wird er gucken, was muss er, obwohl die letztes Mal 9-0 gewonnen haben. Der wird gucken, ja wie kann er gegen die gewinnen. Was haben die für einen Stürmer, wie sind die in der Abwehr und so weiter. Warum? Was hat der für ein Ziel? Der will eine Runde weiterkommen. Was haben wir für ein Ziel? Wir wollen nicht nur eine Runde weiterkommen, wir wollen ins Paradies kommen und von der Hölle wegkommen. Also warum beschäftigt sich Jürgen Klinsmann mit Saudi-Arabien und wir beschäftigen uns nicht mit unserem Feind. Oder was weiß ich, Saudi-Arabien hier als Beispiel, könnte ja auch, was weiß ich, irgendeine andere Mannschaft sein, Türkei oder so. Obwohl, die sind ja bei der WM nicht dabei. Aber könnte ja irgendwas anderes sein, ja. So, wir beschäftigen uns nicht mit dem Feind, aber Jürgen Klinsmann beschäftigt sich mit der gegnerischen Mannschaft. So, das heißt, man nimmt die Sache gar nicht so richtig für voll, ehrlich gesagt. Weil man möchte ja wissen, dieser Mensch, der will dich nicht töten, der will dir nicht dein Geld nehmen, der will dir nicht dein Autoradio klauen, der beleidigt nicht deine Mutter, der will dich in die Hölle haben. Dann musst du sagen, ja okay, was hat der für Tricks, wie will der das hinkriegen, ja. Also da muss man sich informieren, muss man sich informieren, was ist dieser Feind, wer ist dieser Feind, warum gibt es diesen Feind. Was sind die Mittel von diesem Feind, hat dieser Feind Helfer und wo finden wir das alles? Im Koran und der authentischen Sula des Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Und eine kleine Information am Rande, wenn man den Namen vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam hört, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dann sagt man, sallallahu alayhi wa sallam, weil es gehört zum Geiz, dass man den Namen vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam hört und nicht sein Salawat auf den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam gibt. Ja, das wollte ich nur gesagt haben, das könnte ich noch ein bisschen weiter ausführen, aber das müsste ja normalerweise, müsste das erreichen, die Kurzinformation. So, und jetzt müssen wir wissen, wie die ganze Sache passiert ist erstmal. Also, Iblis, also Allah, der sagte zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Als er Adam erschaffen hat, dann sollten sich die Engel also vor Adam niederwerfen. Das steht zum Beispiel hier in Surat al-Araf, Vers 11, hierauf haben wir zu den Engeln gesagt, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis, er gehörte nicht zu denen, die sich niederwerfen. Also, warum hat er den befohlen, sich niederzuwerfen? Das ist keine Niederwerfung des Gottesdienstes, das ist eine Niederwerfung der Begrüßung, nur weil man Bescheid weiß, ja, weil man wirft sich nur vor Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nieder und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hat es verboten, dass man sich vor irgendjemanden niederwirft außer Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aber es gibt zum Beispiel manche Leute, die gehen zu einem Grab von irgendjemandem, ja, der vielleicht ein guter Mensch gewesen ist. Ist zum Beispiel ganz berühmt, in Medina gibt es einige Leute, die keine Ahnung von Islam haben, die gehen zum Grab von Fatima und machen Sujud zum Grab von Fatima. Und das ist natürlich Shirkul Akbar, yukhrish minul milla, ne? Das ist der große Shirk, der einen aus dem Islam rauswirft, weil Sujud ist eine gottliche Tat, die man nur für Allah, sallallahu alayhi wa sallam macht. So, jetzt diese ganze Geschichte, er sagt zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Anderer Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Und als wir zu den Malaika sagten, werft euch vor Adam nieder, dann haben sie sich niedergerufen, außer Iblis, Iblis, der war von den Jinn. Also seine Natur war von den Jinn. Deswegen, also fafasaka, deswegen dieses fa, deswegen hat er, also als er von den Jinn war, hat er sich nicht niedergeworfen. Weil, es ist bekannt, dass die Malaika nur gehorchen. Allah sagt im Koran, la yasuna allah amrahum wa yaf'aluna mayu'marun. Also die sind Allah nicht ungehorsam, was er befiehlt, und die machen das, was er gesagt hat. Jetzt fragen wir sich, okay, wie ist das jetzt zu verstehen? Der ist von Jinn, und er sagt zu den Malaika. Das ist so, ich kann zum Beispiel sagen, hier zu den Leuten, es steht hinten eine Gruppe, ich sage, die Frankfurter, kommt mal bitte alle her. Und da ist einer dabei, der kommt, was weiß ich, aus Wiesbaden jetzt. Aber der ist mit den Frankfurtern vorbei, dann gilt diese Ansprache auch für ihn. Das ist auch in der arabischen Sprache, gibt es dort, es wird, ich habe jetzt diesen Fachbegriff genannt, ich glaube, Tarlib oder so. Auf jeden Fall, das ist eine Form der Ansprache, und der Iblis war auch damit gemeint. Auf jeden Fall, was ist passiert, dann sagt Allah zu ihm, zu Iblis, ja Iblis, was hat dich davon abgehalten, die Schnieder zu werfen, als ich es dir befahl. Ja, als allererstes noch mal was anderes. Hier steht ja, an einem anderen Vers sagt Allah auch, das Iblis, er sagt, und dann kommt nachher, der hat zu den Melaika gesagt, werft euch vor Adam nieder, dann haben sich alle niedergeworfen, außer Iblis, der hat sich geweigert, und der war hochmütig, und hat sich nicht niedergeworfen, und was war dann? Und er gehörte zu den Ungläubigen. Also Iblis ist Ungläubiger geworden. So, dann, was sagt Iblis darauf? Er sagt zu ihm, er sagte, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast du aus Lehm erschaffen. Als allererstes, bevor wir an diese Sache eingehen, gehen wir nochmal zurück, der erste Fehler, der bei Iblis war, war der Hochmut. Und der Hochmut, das ist heute einer, das ist der fruchtbarste Boden für den Eintritt in die Hölle. Ein ganz fruchtbarer Boden für den Eintritt in die Hölle. Viele Leute gehen in die Irre wegen dem Hochmut. Sie sind aus Hochmut nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, wer auch nur ein Atom, Hochmut im Herzen hat, der wird nicht ins Paradies eintreten. Dann sagen die Menschen zu ihm, ja, Rasulullah, es gibt Leute, die lieben ein gutes Soap, eine gute Kleidung, und die lieben schöne Schuhe anzutragen. Da sagt er, Allah ist schön und liebt das Schöne. Der Hochmut, das ist, wenn man die Wahrheit nicht akzeptiert und wenn man die Menschen gering achtet. Das ist der Hochmut. Nicht, wenn man sich also vernünftig anzieht. Das heißt natürlich nicht schminken und so. Oder jetzt bei den Männern auch, dass man eben verschiedene Sachen anzieht, die nicht erlaubt sind. Aber, weil schön ist nur das, was Allah akzeptiert, das, was Allah haram gemacht hat, ist natürlich schön bei Allah. Das ist nur mal kurz am Rande. So. Und jetzt sieht man zum Beispiel, wie äußert sich dieser Hochmut. Du siehst zum Beispiel Leute, du sagst zu ihnen, guck mal, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat das und das gemacht. Dann sagt er zu dir, ja, mein Opa hat so und so gemacht. Ach so, dein Opa hat so und so gemacht? Subhanallah, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat so und so gemacht. Ich sage zu dir, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat so und so gemacht. Du erzählst mir, dein Opa hat so und so gemacht. Was ist das denn? Das ist eine neue Religion. Wer ist denn jetzt mein Prophet, dein Opa oder der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam? Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam. Und so siehst du, viele Leute, sie können die Wahrheit nicht akzeptieren wegen ihrem Hochmut. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele von den Leuten in die Irre gegangen sind zur damaligen Zeit. Sie haben diese Botschaft nicht akzeptiert aus Hochmut. Und Wallahi, ich habe schon gehört, ganz live, und es haben zu mir Leute gesagt, aber im Christentum, die haben gesagt, ich weiß, du hast recht. Die haben keine Lust. Einer, der hat zu meinem Freund gesagt, zu meinem Freund, der hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Islam richtig ist und ich in die Hölle gehe, ich würde das niemals akzeptieren. Und das ist so. Und wir müssen auch bei uns gucken, wo ist der Hochmut. Ich sage zum Beispiel, wie viele Deutsche würden den Islam annehmen, wenn der letzte Prophet, nicht Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sondern wenn der letzte Prophet Karl Heinz hieße. Viele würden den Islam annehmen, weil es könnte theoretisch sein, dass Allah, ein Prophet, den letzten Propheten in Deutschland hätte erweckt. Aber Allah hat aus einer Weisheit, die er hat, hat er eben den Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, in Mekka erweckt. Ja? So. Weißt du, wie viele Leute dazu bereit wären? Weißt du, wie viele Leute nicht dazu bereit sind, einem arabischen Propheten zu folgen? Und das ist sogar nicht nur bei den Muslimen so, nicht nur bei den Nicht-Muslimen so, sondern sogar bei einigen Muslimen. Einige Muslime, die reden, zum Beispiel, die können es nicht akzeptieren, einem arabischen, also die nennen sich Muslim, einem arabischen Propheten zu folgen. Da kriegen die einen richtigen Hass in der Brust durch. Ja, da gibt es, also ich habe schon mit allen Leuten geredet und da kommt so, da merkst du immer so, es geht immer um Araber, Türke, Araber, Pakistaner, Araber, unsere Religion, das geht nicht um Nationalität. Unsere Religion geht um Taqwa, geht um Frömmigkeit. Allah sagt in Surah 49, Vers 13, ja egal, auf jeden Fall in Surah 49, er sagt, oh ihr Menschen, wir haben euch aus einem weiblichen und männlichen Wesen gemacht und haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht und der Beste von euch ist wer? Der Araber? Nein. Der Türke? Nein. Der Pakistaner? Nein. Nein, der Inder? Nein, nein. Der Deutsche? Nein. Der Beste ist, der Gottesfürchtigste, der mit der meisten Frömmigkeit. Also ist Islam nicht eine Religion für Araber oder Türken oder Pakistaner oder was weiß ich was, sondern ist eine Religion für alle Menschen und viele Leute, die haben diesen Hochmut. Das nur nebenbei. Deswegen müssen wir Allah darum bitten, dass er uns in Hochmut wegnimmt. Und es ist wirklich auch oft so, ihr habt das vielleicht auch schon mal bemerkt und das ist sehr gefährlich, ihr redet zum Beispiel mit Leuten, die älter sind als ihr und die können es nicht akzeptieren, die Wahrheit von euch zu akzeptieren. Ihr kommt zum Beispiel in der Sache, was, was, der zum Beispiel in Marokko, geht jetzt zum Beispiel mal in Marokko zu jemanden, also ich sehe die meisten hier, soweit ich einschätze gar, die sind von Marokko, dass man jetzt zum Beispiel nach dem Gebet dort sitzt oder vor dem, vor dem, vor dem, vor dem, vor dem Jumwa-Gebet und liest den Koran auf diese Komikation. Also diese Form von Koran-Rezitation und dieses Singen zusammen, man sagt zu ihm, haben wir das nicht von der Religion. Er sagt, ach komm, was willst du mir erzählen, du hast gar keine Ahnung. Ja, hat der Prophet das gemacht? Aber ist mir egal, er will davon nichts hören. Also müssen wir uns davor hüten, erst mal vor diesem Hochmut. So, jetzt kommt der zweite Fehler von Iblis. Was antwortet der Allah, als Allah zu ihm sagt, als Allah zu ihm sagt, hör mal, ja, was hat dich daran gehindert, dich vor ihm niederzuwerfen, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe, den Adjus dir befahl und so weiter. Er sagt, ich bin besser als er, du hast mich als Feuer erschaffen und ihn als Erde. Was ist hier der Fehler? Der Fehler ist ihr, er denkt zu viel. Der Islam ist eine Religion, die ruft zum Denken auf. Allah sagt in vielen Versen im Koran, habt ihr nicht den Himmel gesehen, betrachtet, habt ihr nicht eure Schöpfung betrachtet, haben wir den Menschen nicht aus einem Samentropfen erschaffen und so weiter. Viele, viele Versen im Koran rufen dazu auf, das Wissen zu suchen. Und der erste Vers vom Koran ist Ikra, Bismi Rabbik ala dikhalaq. Lies. Also ein Vers, der schon zum Wissen aufruft und natürlich das Wissen, in den meisten Fällen, das beste Wissen ist das Wissen von der Religion, weil das ist das Wissen, wie du weißt, wie du dich vor Schaitan schützt und wie du ins Paradies reinkommst. Aber Islam ruft auch zu dem Wissen in der Dunja auf, was nützlich für den Menschen ist. Und das sieht man auch daran, dass also die Muslime also in den anfänglichen Jahrhunderten also große Fortschritte in diesem Bereich gemacht haben und dass eigentlich diese Fortschritte, die der Westen nachher gemacht hat, eigentlich darauf zurückzuführen sind, auch durch diese Entdeckung oder durch diese, ja sagen wir mal Entdeckung, die die gemacht haben als die Andalus, also in Spanien, danach erobert haben, haben von den Muslimen also dann den Anfangsprofit in dieser Sache gehabt. Ja, also Islam ruft dazu auf. Aber, wenn ein Befehl von Allah kommt, wenn ein Prophet vom Gesandten sallallahu alayhi wa sallam kommt, dann muss man nicht mehr denken. Weil, warum? Weil wir vertrauen auf Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَتَّوَكَّلُوا إِن كُنْتُمُؤْمِنِينَ Und auf Allah vertraut, falls, wenn ihr Gläubige seid. Also vertraust auf Allah. Du weißt und glaub mir eins, denke niemals, du kannst irgendetwas tun, du machst eine Sünde und du denkst, da wird irgendwas Gutes für dich herauskommen. Oder du lässt eine Tat, die Allah befohlen hat, und du denkst, da kommt irgendetwas Gutes für dich dabei raus. Niemals. Irgendwo wird dich das einholen. Glaub mir. Und du weißt nicht, wo dich das einholen wird. Es gibt vielleicht Sachen, die erscheinen dir als gut, aber die werden schlecht für dich sein. Und es gibt Sachen, die erscheinen dir als schlecht und die werden gut für dich sein. Wir kennen zum Beispiel, wenn ihr Suratul Ka'f betrachtet, in dieser Sura ist die Geschichte von dem Khedr. Was hat der Khedr gemacht? Er hat ein Schiff versenkt. Er sagt, warum hast du das Schiff versenkt? Da sind doch arme Menschen drauf. Also sinngemäß. Das ist eine Sache, die uns schlecht erscheint. Richtig? Aber er hat diesen Befehl in dem Sinne von Allah gehabt, weil hinter diesem Schiff wäre nachher ein König gekommen, mit einem anderen Schiff, also der hätte die dann als Raubbeute genommen. Und das wäre noch schlechter für die Menschen gewesen. Und wenn jemand denkt, er könnte irgendetwas tun, wo er den Zorn von Allah erregt und er wird damit einen Vorteil haben, er hat sich geirrt. Beispiel jemand, der betet nicht auf der Arbeit. Er sagt, ich muss ja arbeiten. Glaub mir, du lest vielleicht heute die Arbeit. Erstmal die Sünde sowieso schon. Nicht zu beten ist Kuffer. Erste Sache. Das muss man ganz klar wissen. Allah sagt im Koran, Und wenn sie Toba machen und das Gebet vor dem Zakat geben, dann sind sie Brüder bei euch im Glauben. Das muss man ganz klar wissen. Und der Prophet S.a.w. sagt, Al-Ahdu, levi bayna na wa bayna hum As-Sala Femantaraqa Fakatkafar Der Acht, die Abmachung zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Uns, die Muslime, Ihnen, die Nichtmuslimen, ist das Gebet. Femantaraqa Fakatkafar Und wer das nicht macht, der ist schon unglaublich geworden. Der macht also Unglauben damit. Die Frage ist jetzt, damit jetzt nicht alle in Schreck kriegen, in Ohnmacht fallen, wann ist der Tarek-Ussala? Ist der zum Beispiel Tarek-Ussala, wenn der gar nicht betet oder wenn der ein einziges Gebet lässt? Aber man sollte es natürlich, wenn man an Allah glaubt und wenn man glaubt, dass es ein Paradies in Hölle gibt und dass der Ungläubige für alle Ewigkeiten in der Hölle bleibt, dann sollte man natürlich das Risiko nicht eingehen. So, der lässt also das Gebet auf der Arbeit, weil er denkt, ja, ich habe ja keine Arbeit. Hätte er das Gebet gemacht, vielleicht hätte er eine andere Arbeit gefunden. Und außerdem, bei allen Problemen, Brüder und Schwestern im Islam, wenn ihr ein Problem habt mit Arbeit, mit Schule, mit was weiß ich, Bekannten, Familie, es gibt jemanden, der euch dabei helfen kann. Bei allen Problemen. Allah, subhanahu wa ta'ala. Warum sagt er hier, ich kann nicht beten, hat er vorher mal Allah gebittet, oh Allah, ich gehe zum Chef, bitte mach sein Herz offen, dass er sagt, ja, du kannst hier beten bei der Arbeit. Warum hat man das nicht gemacht? Und hättest du die Arbeit gelassen, vielleicht hättest du nachher eine bessere Arbeit gefunden. Genau so sieht die Sache aus. Deswegen, ihr müsst auf Allah vertrauen. Wa ala Allahi fattawekkalu in kuntum mu'minin. Auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Das dazu. Also alles, was Allah für uns geboten hat, ist gut für uns, wenn wir es tun. Und alles, was er verboten hat, ist gut für uns, wenn wir es lassen. Und wenn ein Befehl von Allah kommt, dann müssen wir nicht denken, ja, warum? Ja, warum muss ich Kopftuch tragen? Warum muss der Mann kein Kopftuch tragen? Ja, warum muss der Mann Bart tragen? Warum darf der Mann kein Gold tragen, aber die Frau darf Gold tragen? Warum darf die Frau Seide tragen, aber der Mann darf keine Seide tragen? Warum muss der Mann seine Hosen über die Knöchel tragen? Die Frau, bei der ist das egal. Da könnte ich sagen, ja, das ist aber unfair. Der Mann, der hat so viele Verbote, die Frau muss nur Kopftuch tragen. Ja, man kann das auch immer aus einer anderen Richtung sehen. Ja, wenn ich in einem Raum sitze und gucke, ich gucke dreimal aus dem Fenster, sieht jeder was anderes draußen. Ja, aber das ist der Satan. Der sagt zu dir, guck mal, das ist doch unfair. Guck mal, ich, guck mal das. Warum erbt die Frau in der Ehe die Hälfte von dem Sohn? Ja, der Sohn, warum muss der Sohn sein ganzes Geld ausgeben für seine Familie und die Frau wird von dem Mann versorgt? Verstehst du? Im Islam sind Mann und Frau gleich, aber sie sind nicht identisch. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit in der Schule, zwei Schüler, Jasmina und Thomas. Die haben beide das gleiche Ergebnis. Die haben beide 80 Punkte in der Arbeit. Aber der Test ist nicht identisch. In der ersten Frage hat Thomas acht Punkte und Jasmina zehn Punkte. In der zweiten Frage hat Jasmina acht Punkte und Thomas zehn Punkte. Genauso ist das im Islam mit Mann und Frau. Es gibt Gesetze und da liegt eine Hikma, eine Weisheit hinter, die den Menschen Nutzen bringen. Ob wir das erkennen oder ob wir das nicht erkennen. Beispielsweise, ich gehe mit einem kleinen Kind zum Arzt und das kleine Kind soll eine Spritze kriegen. Was sagt das kleine Kind? Nein! Geht laufen. Die Impfung. Nein! Das sieht nur den Stich, den Einstich. Aber wir als Erwachsene sind weiser als das Kind und wir wissen, diese Spritze ist gut für das Kind. Weil manche Leute, die hängen den Koran nur an die Wand oder die hängen sich den Koran um den Hals. Aber was nützlich ist, wenn der Arzt dir Penicillin gibt und du hängst das Penicillin um den Hals. Du musst das Penicillin einnehmen und den Koran nimmst du ein, indem du den liest und indem du ihn versuchst zu verstehen und danach handelst. Ansonsten bringt dir das nichts. Du brauchst dich an die Wand zu hängen. Herr der Prophet, das hat auch nicht den Koran an die Wand gehangen. Die Sahabe haben auch nicht den Koran an die Wand gehangen. Aber lies den Koran. Versuch den Koran zu verstehen. Versuch dich damit zu beschäftigen. Suche Menschen, die dir dabei helfen, den Koran zu verstehen. Weil das ist dein Kapital. Das ist deine Rettung. Die Sunna, wer hat die Sunna gelesen? Wer hat Riyadu Sanihin gelesen? Wer hat Sahih al-Bukhari gelesen? Keiner. Und dann kommt, in diesem Fall kommt noch ein anderer Satan, einer von den menschlichen Satanen. Wir haben gesagt, es gibt auch menschliche Satanen. Was sagt der zu einem? Er sagt, weißt du was, du brauchst gar nicht Koran und Sunna zu lesen. Folge mir. Wenn du mir folgst, bist du schon rechtgeleitet. Subhanallah. Ich sage euch eins. Folgt nicht mir. Ja? Ich bin ganz kleiner Fisch. Mikroskopisch klein. Folgt dem Koran. Folgt der Sunna. Subhanallah. Das ist die Rechtleitung. Das ist die Rechtleitung. Alles andere, alles, was sagt Imam Malik? Er sagt, jedem sein Wort, das wird angenommen und abgelehnt, außer von dem, der in diesem Grab liegt. Wer ist der damit gemeint? Zu welchem Grab hat er gezeigt? Zum Grab von Propheten? Sallallahu aleyhi wa sallam. Deswegen, daran muss man sich halten. Aber diese Leute, die haben dann noch eine Methode. Was sagen die? Die sagen, du sollst dich nicht damit beschäftigen, du kannst das nicht verstehen. Subhanallah. Kannst Koran und Sunna nicht verstehen. Natürlich, wir sagen nicht alles klar, wir kaufen jetzt alle Bücher, dann machen wir unseren eigenen, eigenen Ich-Dihad, weil der Ich-Dihad, also die Bemühungen der Religion, Regeln zu fassen, ist für die Gelehrten. Aber es muss auch nachvollziehbar sein, womit der Gelehrte sein Ich-Dihad gemacht hat. Und die Worte des Propheten, die sind sehr klar. Warum? Weil der Prophet, Sallallahu aleyhi wa sallam sagt, redet die Menschen an mit dem, was sie verstehen, was ihr Verstand erfasst. Also der Prophet befiehlt das zu den Menschen und redet selber mit Worten, die keiner versteht. Deswegen beschäftigt euch damit, versucht das zu verstehen und macht Dua zu Allah, dass er euch gutes Verständnis gibt. Denn der Prophet Sallallahu aleyhi wa sallam sagt, Für wen Allah Gutes will, dem gibt er Verständnis in der Religion. Also, das erstmal dazu. Die Waffen haben wir jetzt erwähnt. Jetzt möchte ich einige Beispiele, einige Beispiele geben. Wir haben jetzt schon lange geredet, oder? Vielleicht sollen wir erstmal eine kleine Pause machen, dann rede ich nachher weiter. Oder weitermachen? Fragen machen wir nachher. Okay. Inshallah. Jetzt erstmal, wie bringt ihr die Menschen in die Irre? Ich gebe ein paar Beispiele, weil ich glaube, das jetzt schon ziemlich lange war. Als erstes der Mensch, der im Kuffer lebt. Was redet der dem ein? Da sagt Allah im Koran, er lässt ihnen ihre Taten im schönsten Licht erscheinen. Der sagt, ich mache doch nichts Schlimmes. Ich bete doch nur Maria an. Ja, und das ist die schlimmste Sünde überhaupt. Die schlimmste Sünde über Mord, über alles, ist, dass du jemand anderes neben Allah anbetest. Da könnte jemand sagen, nee, aber ich finde es schlimmer, jemanden zu ermorden. Ja, aber dein Maßstab, oder ich finde es schlimmer, wenn der Mann seiner Frau fremd geht. Oder die Frau ihren Mann. Aber dein Maßstab, der interessiert gar nicht. Der Maßstab vom Allmächtigen Gott sehen, weil der hat die Regeln aufgestellt. Du kannst auch nicht zum Polizisten sagen, wenn der dich anhält, du bist zu schnell gefahren. Dann sagst du, ich bin da nicht mit einverstanden. Ich finde, man sollte hier schneller fahren können. Dann musst du bezahlen. Wer hat das Gesetz gemacht? Du? Nee, hat der Polizist gemacht. Und Allah hat das Gesetz gemacht, dass die schlimmste Sünde ist, dass du jemand anderen neben Allah anbetest. Sei es Maria, sei es Jesus, sei es Mohammed. Wir beten nicht Mohammed an. Wir sind keine Mohammedaner. Mohammedaner impliziert. wir beten Mohammed an. Nein, wer Mohammed anbetet, ist Kaffir, ist schmuschig. Kein Muslim betet Mohammed an. Mohammed sagt selber, ihr sollt mich nicht anbeten. Ja, also betet man Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder, der was anderes anbetet, neben Allah, ob es das Mikrofon ist, oder die Flasche ist oder irgendwas ist oder dieses komische Bild da oben. Der ist alle. Er ist alles. Shirkul Akbar. Alles die schlimmste Sünde, ob das jemandem gefällt, ob das jemandem gefällt oder nicht. Mann, ist das schön. So. Auf jeden Fall. So, dem redet er nur ein, du bist doch gut. Da sagt er, guck, du machst gute Taten, und du machst dies und das. Aber zur selben Zeit macht dieser Mensch die schlimmste, die schlimmste Sünde, ja. Dann sieht man zum Beispiel, er sagt dir, ja guck mal, du gehst jeden Sonntag in die Kirche, du gibst viel Geld, du bist ein netter Mensch und dies und das. Und das stimmt alles. Aber, was kommt dort rein, zu diesen allen guten Taten? Da kommt die Sünde, die Allah nicht vergeht. Und wer bei Allah macht, wer Allah andere beigesellt, sei es im Gottesdienst, sei es in seinen Eigenschaften, sei es in seiner Herrschaft, für den hat Allah die Jannah-Paradies haram gemacht. Und seine Bleibe ist die Hölle, das Feuer und die Ungerechten, die haben keinem Hilfe. Das ist wie bei Wudu. Ja. Ich habe ganze Wudu gemacht, danach musste ich nochmal auf Toilette. Wudu ist kaputt. Das heißt, du hast die gute Tat gemacht, du hast gespendet, hast dies und das gemacht und danach kommt die Najasa rein, die Najasa namens Shirk, ja, oder jetzt im Falle von Wudu, der Gebetswaschung für die Nichtmuslime, wenn man auf Toilette geht, muss man nochmal neu machen, dann ist die Gebetswaschung kaputt. Du hast tausend gute Taten gemacht. Von hier bis zum Himmel, der Schirk kommt rein, du bist weg vom Fenster. Und es gibt einen Hadith, da hat jemand für eine Götze, er durfte den Weg nicht passieren, aber der Hadith ist schwach, aber die Bedeutung davon ist richtig, und er sollte für diese Götze eine Fliege opfern. Fliege oder Mücke. Fliege oder Mücke. Und was ist passiert, der ist in die Hölle gegangen, deswegen. Für diese Fliege. Deswegen, man darf auch nicht nur einen kleinen Funken, eine Ibarra für einen anderen aus Allah widmen. Zum Beispiel schlachten, zum Beispiel beten, zum Beispiel fasten. Warum schlachten? La'ana Allahumman zabha li ghairillah. Allah hat den Verfluch, der für jemand anderen als Allah schlachtet, wie der Prophet s.a.w. gesagt hat. Jetzt, dann sehen wir zum Beispiel, und dann sieht man auch zum Beispiel, dass der Leute mit diesen Leuten, die also auf dem, sowieso diesen Schirk haben oder diese Kuffer haben, Unglaube oder Beigesellung Allahs, Allah hat, was heißt Allah? Der Satan, der hat mit diesen Leuten nicht viel Mühe. Man braucht das denen nur einzureden. Dann diese Welt, jetzt heutzutage, die ist sowieso satangerecht, ja? Wie ich eben schon gesagt habe, du gehst morgens raus, kommst abends wieder, der hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass irgendetwas falsch sein könnte. Ist das sowieso verboten, dass irgendetwas falsch sein könnte, ne? Hier in Deutschland, Das darf man nicht sagen, ne? Das ist ja unmöglich, ja? Wollte ich nur mal dazu gesagt haben, ja? Dass irgendjemand hier einen Fehler machen könnte, ja? So jetzt, der, mittlerweile, so, wenn der jetzt, wenn der jetzt, der Muslim also nur schön auf diesem Schirk halten, beschäftige dich mit Lindestraßen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, kein Problem, gehst du schon in die Hölle. Der andere, der Muslim, das ist wie ein kaputtes Haus, ja? Deswegen gibt es auch viele Muslime, die machen viele schlechte Taten, weil der Satan mit denen richtig arbeitet, der will denen über diese Sünden in die Hölle führen, über diese Sünden will der die in die Hölle bringen, zu Keber ihr Sünden, große Sünden, wie zum Beispiel Sina, Drogenverkauf und so weiter, mit Dunja will der den beschäftigen, weil, weil der will den wegbringen vom Weg oder der will zumindest, dass er eine Zeit lang in die Hölle geht, bei dem der ungläubig ist, bei dem der, äh, nicht Muslim ist, der, der, äh, Schirk macht, braucht er das gar nicht, du bist immer so richtig, gehst du sonntags in die Kirche oder auch nicht, ich bin ein guter Mensch, das ist die perfekte, perfekte Einflüsterung vom Satan, ich bin doch ein guter Mensch, ja, nach welchem Maßstab, nach deinem Maßstab, der, der seiner Frau fremd, geht, ist auch ein guter Mensch nach seinem Maßstab, der sagt, ich gehe meiner Frau zur Fremd, aber das ist ja nur körperlich, aber ich liebe ja meine Frau, und der, der im Kaufhaus klaut, der sagt, ja, ich bin ein guter Mensch, ich traue nur im Kaufhaus, die haben sowieso genug, und der, der den Staat irgendwie beklaut, der sagt, ja, der Staat hat mich ja auch beklaut, so redet sich jeder, so redet sich jeder seine Taten schön, du hast noch einen Maßstab, wenn du nach Allah subhanahu wa ta'ala gehst, wenn du nach Koran und Sunnah gehst, dann hast du einen Maßstab, so, das braucht er nur zu machen, dem braucht er nicht zu kommen, hier, klau das Autoradio, hier, du musst Geld machen, hier, Drogen verkaufen, dann kannst du dies und das und das machen, und diese Leute, denen er mit den Kabirah sind, mit den großen Sünden kommt, zu denen sagt er auch, ja, guck mal, da gibt es auch oft, guck mal, du kannst ja jetzt zum Beispiel Kilo, ja, was weiß ich, irgendeine Droge, kannst du dir ja nehmen, kannst du ja schnell nach Holland fahren, also bei uns in Köln ist das sehr naheliegend, für die Leute, die da wohnen, nur so nebenbei, nach Holland fahren, dann holst du da schnell was rüber, und davon kannst du ja dann deiner Mutter helfen, ist doch, der hat eine gute Absicht, aber leider, 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 im Islam, die gute Absicht, macht eine schlechte Tat nicht halal, sondern ist haram, das nur mal so nebenbei, so kommt der Satan, wirklich, glaub mir, der sagt zu dem, du kaufst das, aber du kannst ja einer Familie helfen, dies und das, vielleicht, du kannst dann danach heiraten, du kannst ja ein Haus bauen, dann kannst du eine Frau holen aus Marokko, kannst sie heiraten, und dann bleibst du von Sina fern, ja, aber wenn er die dann geheiratet hat, dann ist er auch noch lange nicht davon fern, weil der hat sich ja vorher schon so, oder noch, oder eine ganz schlimme, zum Beispiel heute leider, die große Krankheit in der Gesellschaft, man sagt sich, ja, ich muss erst mal vor der Ehe, obwohl jetzt haben wir natürlich hier Frauen und Männer, da rede ich normal nicht so gerne über das Thema, aber okay, ich habe es jetzt schon angeschnitten, aber ich muss erst mal vor der Ehe, Erfahrung sammeln, ich muss erst mal meine Hörner abstoßen, dann kann ich danach eher garantieren, dass die Ehe hält, und dann gucken wir uns die Scheidungsrate in Deutschland an, vor 100 Jahren, als meine Oma, zum Beispiel meine Oma Else, die hat da noch nicht gewohnt, aber die kam erst danach, als die noch geheiratet hat, die hat den ersten Mann kennengelernt, hat den geheiratet, komischerweise, bis er gestorben ist, war die mit dem verheiratet, komischerweise heute, die sich alle die Hörner abgestoßen haben, jede zweite Ehe ist geschehen, da stimmt doch irgendwas nicht an dem System, oder? Wisst ihr, woran das liegt? Weil ein Mensch, der gewöhnt sich die schlechten Taten an, und es gibt ein deutsches Sprichwort, der Fuchs, der ändert sein Fell im Frühling und im Herbst, also seinen Charakter ändert er nicht. Also wer seinen Charakter schon versaut hat, weil er jede Woche eine andere Freundin hat, dann, der wird seinen Charakter nicht so schnell wieder ändern, weil sobald er geheiratet hat, kommen die Telefonate, hallo, ja, so und so, und hin und her, dann kriegt er, ach ja, und dann trifft er die noch, und die kannte er und dies, und der hat sich das schon angewohnt, der hat schon für jede Situation, hat er einen Spruch, hat er einen Spruch auf den Lippen, ja, ja, ich hab mich heute nicht so schön gemacht, ich wollte, dass die Frauen nicht so sehr aufs Aussehen achten, und solche Sprüche, weißt du? Der versucht also immer, der hat schon für jede Situation, hat dieser, hat dieser, hat dieser, hat dieser, einen Spruch auf den Spruch auf der Lippen, und der kann sich das überhaupt nicht abgewöhnen, und sondern der wird der Schlimmste sein, und wie viele Leute, habe ich schon gesehen, die sagen, ich stoße mir jetzt die Hörner ab, und was ist nachher, der ist geheiratet, genau dasselbe Programm im Grün, deswegen, kleiner Tipp an die Frauen, wenn die jemanden heiraten, die sollten darauf achten, dass der nicht vorher, so ein Querschläger gewesen ist, weil da ist nämlich, da ist nämlich meistens keine gute Sache, meistens, es gibt natürlich auch Leute, die wirklich Tauber machen, ja, aber bestimmt machen nicht die Leute Tauber, die sagen, ja okay, jetzt ist der letzte Tag, morgen heirate ich, und dann kann ich ja heute nochmal was machen, ja, also dann, das ist auf jeden Fall ganz falsch, das sind also die ganzen großen Sünden, jetzt gebe ich ein Beispiel, wie sind die Menschen überhaupt in den Schirk hineingefallen, ja, wie sind die Menschen in den Schirk hineingefallen, der erste Schirk, der aufgetreten ist, in dieser Umma, war in der, war in dieser, bei den Menschen, war der Schirk bei Nuh, a.s., also Noah, der Gesandte, der Rasulullah, der erste Rasul, es gibt Anbiya, es gibt also Nebi, Prophet, und es gibt Rasul, Adam a.s. ist der erste Prophet, und Noah a.s. ist der erste Gesandte, der Beweis dafür ist, weil viele Leute, es gibt heute einige Bücher, über Akita steht drin, dass Adam der erste Rasul war, aber der Beweis, dass er nicht der erste Rasul war, es gibt ein Hadith, wo von der Shafaa, von der Shafaa al-Ufma gesprochen wird, wo die Menschen am jüngsten Tag, also Shafaa heißt Fürsprache, wo die Menschen am jüngsten Tag, von Gesandten zu Gesandten gehen, und da kommen sie zu Nur, und da sagen die Nur, du warst doch der erste Gesandte, der erste Rasul gewesen, das nur dazu, nur war der erste Rasul, wie ist es in dieser Gruppe, wie ist es bei denen zum Schirk gekommen, es gab fünf rechtschaffende Menschen, die werden im Koran ernannt, diese fünf Menschen, das waren rechtschaffende Menschen, gute Menschen, wie jetzt zum Beispiel heute, wo man sagt, in Marokko oder so, wo man jetzt zum Beispiel eine Kuppel über die Gräber baut und sowas, dann gehen die Menschen nachher auch in den Beten, diese fünf Menschen waren rechtschaffende Menschen, was ist passiert, ist ein bisschen unruhig geworden, diese fünf rechtschaffenden Menschen, der Satan kam dann nachher zu den anderen Menschen, die diese Menschen überlebt haben, hat gesagt, hört mal, ihr liebt die doch, ihr müsst eure Liebe doch zeigen, das waren rechtschaffende Menschen, und hat denen gesagt, ihr müsst Bilder machen, über denen ihre Gräber, und Kuppeln, und so Sachen, wie das heute auch ist, genauso kommt der Satan heute zu den Menschen, er sagt zu denen, guck mal, dieser Mensch war ein guter Mensch, dieses Grab musst, zu Kennzeichen, mach eine Kuppel drüber, und eine Moschee drüber, und was sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, la'natullahi al-yahuda wa nasara, itakhadu kubura anbiyahim masajida, also dass der Fluch Allahs auf den Leuten vom Kitab ist, von den Schriftinnen, von den Schriftbesitzern, die haben sich die Gebetsorte, also die haben die Gräber ihrer Prophetin zu Gebetsorte genommen, und was sagt, was sagt, was sagt, was sagt Ali, radiallahu anhu, soll ich dir nicht etwas auftragen, wozu mich der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, also was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, damit das nicht angebetet wird, und kein Grab, was hoch aufgerichtet ist, außer dass du es dem Erdboden gleich machst, das nur dazu. So, als das passiert ist, wir haben diese Gräber also ausgeschmückt, und da die Bilder drauf gemacht, dann kam der Satan zur nächsten Generation, hat gesagt, geht dorthin, wenn ihr dort an den Gräbern betet, wo diese rechtschaffenden Menschen waren, dann habt ihr eine größere Chance, dass eure Taten, eure Dua, eure Bittgebete angenommen werden. Dann sind die dort hingegangen, und haben dort die Dua gemacht. Was ist das? Ist das Schirk? Nein, das ist Bida. Ist nicht von der Religion, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nie gesagt, wurde nie in irgendeiner Oma gesatht. Der nächste Schritt war, zur nächsten Generation kam, er hat gesagt, hört mal, betet die doch an da. Die sind doch eure Führersprecher bei Allah. Die machen Führersprecher. Ihr betet die ja nicht an, weil ihr die anbetet, sondern ihr betet an, weil die machen Führersprecher bei Allah für euch. Und was sagt Allah über diejenigen, die Schirk machen? Und sie sagen, diese sind unsere Führersprecher bei Allah. Und was sagt er über diejenigen, die die Aulia anbeten? Er sagt über sie, Diejenigen, die sich nehmen Allah, also wie Aulia nehmen, die sagen, wir beten die nur an, damit die uns näher zu Allah bringen. Und so hat er die Menschen in Schirk und Akbar eingeführt. Aber die meisten Menschen wissen das nicht. Und Allah sagt im Koran, Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne dass sie da bei Mufrikun sind. Steht im Koran. Aber okay, alles klar. Dann kommt die nächste Sache. Was ich dann nochmal erwähnen wollte, dieser Schirk hat Wasila, hat also Sachen, die zum Schirk führen. Die erste Sache ist also die Übertreibung. Dass du übertreibst in der Liebe oder übertreibst in der Lobung. Zum Beispiel in der Liebe. In der Liebe beispielsweise. Wir sagen, wir müssen den Propheten, mehr lieben als unseren Vater, mehr als unsere Mutter, mehr als alle Menschen. Aber wir dürfen nicht mehr lieben als Allah. Und wenn wir den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, loben, wir dürfen ihn loben, wir sollen ihn loben, aber wir dürfen ihn nicht loben, beispielsweise mit Eigenschaften von Allah. Es gibt Leute, die singen Lieder und sagen, Oh, du, der das Verborgene weiß. Wer weiß das Verborgene? Allah weiß das Verborgene. Und ihm sind die Schlüssel des Verborgenen. Niemand weiß sie außer er, also Allah. Und das sind diese ganzen Sachen, wie die Menschen in die Irre gegangen sind. Jetzt wollte ich noch eine Geschichte kurz zusammenfassen, nicht ganz ausführlich erzählen, weil ich habe die nicht ganz im Kopf. Es gab einen heiligen Mann, einen sehr guten Mann. Und zu ihm kamen einige Brüder mit der Schwester. Sie wollten in den Krieg ziehen und haben ihm dann die Schwester übergeben, dass er auf die Schwester aufpasst. Zuerst war die Tür geschlossen. Sie war in einem anderen Raum. Und sie haben gesagt, dieser Mann, der ist so gut, der ist so rechtschaffender, da kann nichts passieren. Was ist passiert? Der Satan kam zu ihm. Wie kam er zu ihm? Hat er gesagt, geh zu der Frau und vergewaltige sie? Nein. Er hat gesagt, guck, geh zu der Frau. Und dann sagst du, er hat gesagt, guck mal, die ist ganz alleine. Sag doch mal, Salamu alaikum, vielleicht fühlt sie sich alleine. Ja, okay. Salamu alaikum. Und dann ging das immer so weiter. Ja, normalerweise könntest du auch mal zu ihr hingehen, dann könntest du dich ja mit dir hinsetzen. Ist sie nicht so alleine, kann sie dir etwas helfen. Und so ging das immer weiter. Step by step. Ja, ey, wehle, 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 das Kind, was im Bauch war. Dann hatte sie vergraben. Dann kamen die Brüder eines Tages wieder, hat er gesagt, ja, die ist gestorben. Dann kam der Satan zu den Brüdern, hat gesagt, hier, hat denen das im Traum gezeigt, was dort passiert ist. Dann sind die zu ihm gegangen und dann ging das immer so weiter, bis sie ihn dann nachher töten wollten und haben ihn zusammengeschlagen. Dann kam der Satan zu ihm und hat zu ihm gesagt, ich kann dir helfen, mach Sujud zu mir. Also mache Niederwerfung zu mir und dann helfe ich dir. Und dann ist er gestorben, in dem Moment, wo er Sujud zum Schaitan gemacht hat und ist im Kuffer gestorben. Und jetzt, Brüder und Schwestern, noch eine Sache. Haltet euch am Koran und Sunnah fest. Wie gesagt, das Wissen ist Macht und das Wissen hält ab, von in die Irre zu gehen und es gibt auch viele Vickr, also Erwähnungen von Allah, die davor schützen. Zum Beispiel, wenn man ins Haus geht, sagt man Bismillah, damit der Satan nicht mit reinkommt. Wenn man isst, sagt man Bismillah, damit der Satan nicht mit isst. Könnte jemand sagen, ja, wie isst der Satan mit? Wie geht der Satan mit? Mit ins Haus. Wir glauben an das, was der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat und dies sind alles Angelegenheiten vom Verborgenen, die wir uns eventuell nicht vorstellen können oder nicht vorstellen können. Aber wir glauben daran, weil wir wissen, dass der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, die Wahrheit spricht. Okay, und dann geht es auch zum Beispiel, wenn man jetzt verheiratet ist mit einer Frau, man sagt also vor dem Beischlaf, Allahumma janibna shaitan wa janibna shaitan wa razaktana und da gibt es viele Dua, wenn man nach jedem Gebet sagt, man kullu wa lau hat, kullu auzibra bil falak, kullu auzibra bil nas, man sagt ayyatul kursi, also nach den Pflichtgebeten, man sagt morgens, sagt man, Bismillah, ladi lai, man sagt zum Beispiel, das sagt man nach dem Morgensgebet, nach dem Abendsgebet, da gibt es viele Möglichkeiten, ihr könnt das alles finden, weil ich könnte jetzt viel aufzählen, am Ende bringt es ja doch nichts, das gibt es alles in dem Buch, was es in Deutschland zu erhalten gibt, das heißt, Hissen Muslim, also das ist so wie Schutz des Muslim, wo man sich also schützen kann vor Dschinn und vor diesen ganzen Chayatin, dass man diese,